Oh mein Gott, Leute. Die Neonel-Seite geht so ab. Wow. Also... Welche Ehre. Ich kann es nicht glauben. Wahnsinn. Vielen, vielen Dank. Hapa. Das ist aber auch so schön. Bye. Das ist aber auch so schön. Das ist das Relection Set, wo nur die Farben drin sind. Alle fünf ohne Lampe, wenn ihr zum Beispiel das Starter Set schon habt und kein zweites benötigt. Dann gibt es natürlich für alle, die starten, das Starter Set oder natürlich auch für alle, die gerne diese Box haben möchten, wo alles drin ist. Ich packe euch das jetzt einmal aus. Oh mein Gott, das sieht so schön sammerlich aus. So, in dem Set enthalten ist natürlich die LED-Lampe, womit ihr euren UV-Nagellack härten könnt. Dann eine riesen Packung von Coiletten, zum Beispiel zum Ablösen oder für den Cleaner. Dann habt ihr einen Buffer, eine Nagelfeile, den Basecoat und den Topcoat. Da haben wir zum Beispiel die Hard Base und alle fünf Farben. Dazu natürlich der Nail Cleaner, der Nail Remover, also das Aceton und dieses Nagelöl, was einfach mein absoluter Favorit ist. Ich liebe das. Ich habe schon so viele davon leer gemacht. Das hat so einen Vanillageruch. Aber richtig, richtig gut. Ich nutze das jeden Tag. Und selbstverständlich habt ihr auch wieder die Rosenholzstäbchen dabei, womit ihr zum Beispiel den UV-Nagellack wieder ablösen könnt, nachdem ihr das mit Aceton gemacht habt. Oder auch präziser arbeiten könnt, wenn ihr mal ein bisschen übermalt habt, die Nagelhaut zurückschieben. Also alles dabei, was ihr benötigt. Also lohnt sich das Set auf jeden Fall. Da ist das gute Stück. Eine wunderschöne Kollektion. Das wird noch bald aufgefüllt, aber die Farben sind unfassbar schön und ich freue mich sehr für dich, mein Schatz. Das war's für dich, mein Schatz. So, fresh geschnitten, fresh gefärbt. Ich hatte wieder so einen Ansatz so schnell, die mir nochmal einen richtigen Schub gemacht. Aber ich habe auch nochmal ein ganzes Stück abgeschnitten, damit die auch so gesund bleiben, wie sie sind. Und ja, jetzt bin ich voll schön zum Sommer. Und jetzt werde ich mich weiter in den Garten begeben und Gartenarbeit machen. Noch ein bisschen mehr, ein bisschen was wegräumen, aufräumen, neu dekorieren, damit ich euch das auch demnächst mal zeigen kann. Es fehlen noch zwei Tische, deshalb wollte ich euch das auch nicht so unfertig zeigen, aber es wird. Ihr glaubt nicht, was ich, ich gerade gemacht habe. Ja, jetzt ratet mal. Und ich wollte es eigentlich die nächsten Wochen durchziehen, aber es waren nur 15 Minuten, aber ich habe Pamela gerade richtig verflucht. Ich muss es morgen nochmal machen. Ich möchte noch ein paar Mal vlogen.